Leute, heute machen wir die Fernsteuern-Challenge und heute wird Moritz und Levi mich fernsteuern. Ich werde auch wieder alles machen, wie auf der Gamescom. Ich habe keinen Charme für den Wissen. Ich werde nie zerstören. Ich mache alles, ich mache alles. Mir ist alles egal, aber ich will ja nicht auf die Fresse bekommen. Levin, bist du erst? Mach, mach, mach. Okay, dann gehen wir zu den beiden Mädels dann mit der... Wir sollen einfach mal die Schuhe streicheln. Ja, streichel die Schuhe von denen. Hallo, ich wollte fragen, kann ich ihre Schuhe mal kurz streicheln? Streicheln? Streicheln. Ja, mach einfach jetzt, mach. Darf ich ganz kurz? Oh, du hast tolle Schuhe. Sie haben schöne Schuhe. Danke. Jetzt guck dich ganz unangenehm lang an. Guck dich unangenehm lang an. Geh jetzt näher ran, geh näher zu denen, geh näher zu denen. Ah, eine Sache noch. Ich streichel die Schuhe von der anderen auch noch. Darf ich sie auch streicheln? Was? Die Schuhe. Boah, sie sieht toll. Für Johannes gehst du der Blonde, gehst du der Blonde. Hallo, ich muss dir was sagen. Ich muss dir was sagen. Was wirklich Wichtiges. Was wirklich Wichtiges. Kannst du mir kurz in die Augen gucken? Kannst du mir kurz in die Augen gucken? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Scheiße. Das ist auch so rausgedrückt, das war gut. Frag mal jemand einfach, wo der Dom ist. Wissen Sie, wo der Dom ist? Weiß ich nicht. Hör mal, du musst, ich glaube. Die? Die vorne links. Und dann zwei Kilometer. Irgendwann kommt da so ein spitzes Gebäude. Das könnte sein, dass das vielleicht der Dom ist. Spitzes Gebäude. Okay. Ich glaube, sie verarschen mich. Ich glaube, sie verarschen mich jetzt. Nein. Das ist ja richtig ernst jetzt. Das feiere ich jetzt nicht. Also sagen Sie mir bitte jetzt, wo der Dom ist. Ich finde es echt nicht cool, dass sie sie von mich verarscht haben. Ja, aber ne, das finde ich jetzt nicht cool, dass sie mich jetzt hier verarschen. Moment. Können Sie mal kurz googeln? Ne. Zeigen Sie mir mal. Das ist doch nicht so. Ja. Ja. Wurde oft schon verarscht in meiner Vergangenheit. Ich wurde schon oft schon verarscht. Ja, tut mir leid. Ne. Fang an zu weinen. Fang an zu weinen. Fang an zu weinen. Fang an zu weinen. Ich bin auch verarscht. Oh mein Gott, das ist unangenehm. Jetzt sollst du den gehen und fragen, ob du einen Schluck kriegst. Ja, geh zu der Gruppe. Dreh dich um. Geh zu der Gruppe. Und frag, ob du einen Schluck darfst. Du hast echt Durst. Du hast seit einem Tag nichts getrunken. Einen Schluck. Du trink das auch. Was ist da drin? What is there in this box? Can I have a Schluck? Ich hab richtig Durst. I have richtig Durst. I have so too Durst. Please, gib mir einen Schluck. Ex weg, ex weg, ex weg, ex weg. Ah, ich bin finish. Oh. Thank you, thank you. Das kann ich nicht trinken, ne? Da ist Corona drin. Geh zu der Frauengruppe hin. Geh hinter dir. Zu der Frauengruppe hin. Hinter dir. Genau hinter dir. Und lass sie nicht vorbei. Geh direkt vor ihnen ihren Weg. Und immer wenn sie links will, gehe auch links und rechts. Also lass sie nicht durch. Genau hinter dir. Die im Blauen. Nicht vorbeilassen. Nicht vorbeilassen. Ja, genau so. Lass sie nicht durch. Hier ist jetzt vorbei. Hier ist jetzt vorbei. An der Stelle ist vorbei. Ich bin die Security vom Dom. Ab hier müssen sie Eintritt zahlen. Hier müssen sie Eintritt zahlen. Ich bin die Security vom Dom. Ich bin der Security hier. Die sagen mir hier ist... Stopp. Stopp. Die offizielle Security vom Dom. Die müssen da raus gehen. Da ist sie gesperrt. Ab hier. Umdrehen. Nein, nein, nein. Ab heute ist gesperrt. Habs schon ganz oben bekommen. Ich kann nichts machen. Ne, das geht nicht. Es ist ab hier gesperrt. Die müssen einmal außen rum gehen. Von ganz oben hab ich sie bekommen, wenn ich das machen soll. Ich kann nichts machen. Wenn die das jetzt nicht machen, dann verliert mein Job. Tut mir leid. Alles klar. Wir widersetzen uns dem trotzdem. Das dürfen sie nicht. Nein, nein, nein. Das dürfen sie nicht. Das könnte sein, dass der Strafe ist. Nein. Oh Mann. Geht zu dem Hund. Das ist gleich wie Leben. Frag, ob du den Hund streichen kannst. Verteicheln den Mann. Los, schnell. Hi. Das ist ein süßer Hund. Was für eine Rasse. Darf ich den Hund streicheln? Wir streicheln den Typ auf den Kopf. Darf ich den kurz einmal streicheln? Oh. Oh, das ist ein toller Hund. Das ist ein toller Hund. Das ist ein toller. Der Hund aber auch. Ja, der Hund ist auch ein toller, ja. Gottsecker. Da hin. Direkt an der Stange, wo die Leute sind. Und ja, tanzt da so, Bruder. Und versucht so hochzuklettern und so. Gefällt's euch? Gefällt's euch? Sie mit dem Hut. Gefällt's dir? Ja. Und jetzt sag ich richtig ernst. Ja, okay, das kostet 5 Euro. Okay, das kostet 5 Euro. Ich bin Stripper. Du hast deine Klamotten noch an. Ja, aber wie gesagt, ich bin Stripper. Ich mach's nicht umsonst. Ich möchte jetzt 5 Euro haben. Ich mach's umsonst. 5 Euro jetzt. Von euch allen. 5 Euro ist von euch allen. Bitte, 5 Euro ist von euch allen. Guck mal, ich mach das hier hauptberuflich. Nein, aber ich mach das hier hauptberuflich. Ich will mir jetzt hier was aufbauen. Meine neue Karriere starten. 5 Euro bitte. 5 Euro bitte. Lass dich auf den Boden fallen. Mach Breakdance einfach. Und jetzt geh schnell hin. Geh schnell hin. Hat's dir gefallen? 5 Euro. Breakdance. Hat's dir gefallen? 5 Euro. Los. Frag die zwei Mädchen, die direkt rechts hinten stehen. Haben sie gerade den Dom angeschaut? Sorry. Einen Moment. Haben sie gerade den Dom angeschaut hier? Ich bin von der Stadt Köln. Ich bin von der Stadt Köln. Und ich muss jetzt leider 5 Euro nehmen, dass wir den Dom angeguckt haben. Wir haben die Domsteuer jetzt erhoben und sie müssen jetzt alle 5 Euro zahlen. Weil die den Dom angeguckt haben. Also je nachdem wo sie hingeguckt haben, wo haben sie jetzt hin geguckt? Haben sie auf die Spitze geguckt? Oder auf den Eingang? Also auf die Spitze ist 100 Euro. Auf den Eingang ist 5 Euro. Geh aber zu den Business Typen. Seit wann hast du dein Business aufgebaut? Wollen sie ein Business aufbauen? Nein, dann geht's. Weil sie tragen ein Hemd. Sie sehen sehr reich aus. Yo, yo. Darf ich dir kurz einen Rap zeigen? Yo, yo. Kann ich dir kurz einen Rap zeigen? Einen Rap zeigen von mir. Ich bin Rapper. Okay, pass auf. Yeah. Okay, pass auf. Yeah. Okay, mach dir nen Beat, mach nen Beat. Mach dir nen Beat. Sam, Sam, Sam. Kannst du kurz ein Beat haben? Okay, egal. Ich kann auch ohne Beat. Ich kann auch ohne Beat. Ich bin der Rapper, der Rapper. Mein *** der ist ziemlich klein. Mein *** der ist ziemlich klein. Und dein Onkel sieht aus wie ein Schwein. Und dein Onkel sieht aus wie ein Schwein. Boah! Ich hab dich grad auseinander genommen. Ich hab dich grad auseinander genommen. Ich hab dich auseinander genommen gerade, oder? Ok, neuer Rap. Neuer Rap, neuer Rap. Neurer Rap. Neuer Rap. Neuer Rap. Neuer Rap. Neuer Rap... Ok, jetzt schauen die ganz tief in die Augen. Ich habe mich eigentlich со eingeschissen. Glaubst du mich? Ich hab mich gerade so eingeschissen in der Bahn. Sach nichts mehr. Sahen. Nur noch anschauen. Jetzt wird's unangenehm. Bis die gehen, bis die gehen, bis die gehen, schaust du dir an. Wollt's dir auch sagen? Das ist die versteckte Kamera, sag mal. Da vorne? Okay, geh mal zu den Jungs da. Haben Sie Interesse an einem Geschäft? Haben Sie Interesse an einem Geschäft? Nein, danke. Ich verkaufe mein Geschäft. Ich verkaufe mein Geschäft. Das ist alles gewesen. Mehr habe ich nicht auf Lager, Johannes. Oh, hier gehst du der Frau. Geht zwölf Frau, die dir fotografiert. Schlech, schnell. Zwölf Frau, die für ihr Bild. Renn ins Bild rein, sagst du. Die haben sich grad fotografiert. Digga, was macht der denn? Hä? Haben Sie mich grad fotografiert? Nein. Doch, ich hab's gesehen. Sie haben mich grad fotografiert. Auf ihrem Handy. Nein. Das kostet 5 Euro. Doch, das kostet 5 Euro jetzt. Ach. Ich bin ein Bottle. 5 Euro bitte. Oh, jetzt bitte. Nein. Okay, 10 Euro. Weil Sie mich fotografiert haben. Digga, erhöht sogar noch die Preise, Digga. Okay, jetzt geh einfach zu irgendjemandem. Zu den Jungs, das wär doch cool, der Safe, Digga. Irgendwas lustiges zu dir. Ja, zu den Jungs. Geile Frisur. Ey. Geile Frisur. Spaß. Ist nicht so geil. Spaß, nicht so geil. Also da kann man noch was ändern. Was, ich hab nur Spaß gemacht, dass ich Spaß gemacht. Was, ich hab mir Spaß gemacht. Ich hab mir Spaß gemacht. Ging zu den anderen hin und sag, ey wollt ihr ein Dance Battle? Jungs, 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 Jungs. Wollt ihr ein Dance Battle? Dig, mich ein Dance Battle. Dance, 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 Dance. Dance, Dance, Dance. Dance, Dance, Dance. Und go. 1, 2, 1, los. Sag mal, du willst einen Lieblingssong hören. Mach mal einen Lieblingssong. Könnt ihr bloß anmachen? Bunny Party. Was ist dein Lieblingssong? Menti Bunny Party. Oh, dann bitte. DJ, 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 heute ist Bunny Party. Kennt ihr das? Ich krieg mich so ein wieder, Digga. Das ist so unangenehm. Geh zu dem Typ hin und frag, ob er deine Jacke halten kann. Ey, Jungs, 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 gute Frage. Kannst du kurz meine Jacke halten? Bist du dir sicher? Ja. Ja. Okay. Gute für deine Schuhe aufpassen. Ab dann ist mir leider der Tonflöten gegangen. Also muss ich Moritz und Levi nachkommentieren. Ja, und jetzt musst du ins Wasser gehen. Ja, Mann. Ich geh alles klar. Oh, ist das entspannt. Oh, ist das entspannt. Wollt ihr auch rein? Komm, jetzt rein, ist das entspannt. Nein, nein, danke. Warum nicht? Es ist so erfrischt. Oh, ist das toll. Und jetzt gehst du nochmal zu einer Person und gibst dir deine Jacke in die Hand und danach siehst dein T-Shirt aus und danach gehst du da rein. Hahaha. G'n